Der Verbrennungsholzhäcksler Bullmacht Zeus 180 Bricks und Straton stellt eine Evolution in den Lösungen für die Reduzierung von Gestrüpp und Zweigen dar. Dank seiner leistungsstarken Struktur vereinfacht dieses Gerät nicht nur die Verarbeitung, sondern beschleunigt auch den Zersetzungsprozess erheblich und verwandelt diese Materialien effizient in hochwertigen Kompost. Seine Fähigkeit zur präzisen Fragmentierung zeichnet sich durch Genauigkeit und Fachkenntnis aus. Der Holzhäcksler ist mit einem robusten Stahltrichter von 60 x 55 cm ausgestattet, wodurch die Notwendigkeit von Vorbehandlungen entfällt. Dieser Trichter kann dank seiner Kapazität problemlos große Äste und Zweige aufnehmen. Darüber hinaus wurde das Modell Zeus 180 B und Mb es entwickelt, um Äste und Stämme von erheblicher Größe problemlos zu verarbeiten, mit einem Durchmesser von bis zu 95 mm. Der robuste Stahlrotor ist der Schlüssel für lang anhaltende Effizienz. Er hat auch den Zersetzungsprozess erheblich und verwandelt diese Materialien effizient in hochwertigen Kompost. Seine Fähigkeit zur präzisen Fragmentierung zeichnet sich durch Genauigkeit und Fachkenntnis aus. Der Holzhäcksler ist mit einem robusten Stahltrichter von 60 x 55 cm ausgestattet, wodurch die Notwendigkeit von Vorbehandlungen entfällt. Dieser Trichter kann dank seiner Kapazität problemlos große Äste und Zweige aufnehmen. Darüber hinaus wurde das Modell Zeus 180 B und Mb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020